Ja, mit diesem kurzen Video möchte ich die Aufzeichnungen zur Vorlesung kognitiver Linguistik in diesem Semester beenden und möchte Sie aber noch auf die Möglichkeit zur Selbstevaluation hinweisen. Das heißt, ich habe alle Materialien, alle Aufzeichnungen und den Link zu einer Klausur, die identisch jetzt im Moment in der August-Bebel-Straße geschrieben wird, im Kommentarbereich unter diesem Video verlinkt und darf Sie bitten, die bei Interesse zu testen, diese Klausur. Sie dürfen bitte daraus keinen Anspruch auf Benotungen und Credit Point C wie der Art ableiten, sondern es ist wirklich nur ein Test auf dem mittelfristigen Weg zu einer Zertifizierung solcher Klausuren im Online-Bereich, wenn sich das System etabliert. Ich möchte Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken im letzten Semester, wünsche Ihnen einen wirklich sehr, sehr schönen Sommer und hoffe, dass wir uns bei der einen oder anderen Veranstaltung in den nächsten Semestern wiedersehen. Bis dahin, Ihr Alexander Lasch